Ja, hallo und herzlich willkommen zu Tiny Island wieder. Und zwar zuerst mal, warum war jetzt wieder eine Woche auf Zeit? Und zwar, ja das ist jetzt das Thema, über das ich reden möchte, und zwar war ich schon wieder nicht zu Hause. Also ich fahre im Sommer jetzt ziemlich viel weg. Ich war jetzt schon in Wien, also in der Hauptstadt von Österreich. Ich war in Salzburg, ich war in München war ich einen Tag, ich war in Italien, in Grado war ich jetzt. Das war eben das, wo ich jetzt nicht da war. Okay, ich glaube ich soll immer mehr Zeit für die Züge lassen, hat mir jemand gesagt. Ja, dann werde ich bald nach Hamburg fahren. Dann werde ich noch in so eine komische Terme fahren. Wie gesagt, ich reise in den Sommerfahren ziemlich viel. Es tut mir auch leid, dass ich eben da nicht da war. Das wollte ich nämlich nicht. Also die Aufzeit wollte ich nicht, aber es hat sich nicht ändern lassen. Oh ne, oh ne. Oh ne, oh ne. Was hat er eigentlich so ver... Oh, naja, aber kann so stark sein. Ich habe jetzt auch lange nicht mehr gespielt und kann dort ganz egal nicht mehr. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Wie reiert keiner? Ja okay, das glaube ich aber eigentlich das einzige... Das ist zwar sinnlos, aber das einzige, was jetzt geht. Also es geht nichts hinvoll, das meine ich. Äh, 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 geht leider nicht. Äh, da, nein, Spaß, ähm... Oh 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 oh... Oh, 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 ah. Oh, 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 oh. Stierb! Er will nicht. Ich will aber. Okay, wie kann ich ihn jetzt dazu überreden, zu sterben? Sollte der Kampf noch länger gehen, nützt sie mir vielleicht mal was. Aber nein, der wird nicht länger gehen. Jawah! Okay, dann schauen wir gleich mal. Wie viel Gegner brauchen wir noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ich weiß nicht, ob der auch noch zählt. Und da haben wir schon ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Äh, äh. Okay, der Stufe 9 und wir sind jetzt. Äh, das ist doch auch egal. Ich versuche mal. Oh, der ist nur eine Stufe und dann gegen solche Leute los ich immer. Ich hätte mir vielleicht vorher noch Schwert oder sowas kaufen sollen. Schauen wir mal. Ich will das Ganze jetzt mit Taktik machen. Das wird zwar länger dauern, aber... Hm, meine Taktik kommt irgendwie nicht sowas raus. Hm. Äh. Das war Taktik nochmal, nein, Spaß. Ähm. Tja. Äh. Was soll ich nur tun? Hab Spaß. Nein! Ich will keinen Spaß haben, du zu spüren. Hm. Da hat er Spaß. Oh oh, er halte sich an mir. Wie gesagt, mehr Taktik, mehr Taktik. Ich brauche mehr Taktik. Friss meine Taktik! Jetzt will ich die Taktik fressen. Oh oh, ich hätte... Ja, mein Nini, man ist so dumm. Und dann kann man... Äh, hä? Oder so. So. Ich brauche mich an meiner Taktik. Dann werden wir jetzt auch noch was hier spannendes machen, aber wir wissen noch nicht, was doch. Bringt sich das eigentlich überhaupt mal so, wenn man sich das nimmt und... Äh, der Typ ist unfair, ein gemein. Mag nicht. Heilen wir uns mal. Wir haben es ja. Oh oh. Oh oh. Ich höre bald wieder eine Super-Attacke. Aber er hat mich bald down. Wie ist er? Oh no, ey. Nein, 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 nein. Er kann ruhig an meiner Taktik ver... Ich bin nicht an meiner Taktik verbrannt. Er soll an meiner Taktik verbrannt. Vielleicht sollte ich mal wieder eine Heilung denken. Näh. Äh, vielleicht auch. Oh, ich hab gewonnen. Yay! Okay. Tja, ich denke, eins schaffen wir noch. Tja, ich denke, eins schaffen wir noch. Tja, wir wollen mal eben den Taktik anzeigen. Der ist schlecht, den verkaufen wir. Aber was macht der? Schaden 90. Den haben wir. 80. 22. Was? Wo ist das? Okay, 22. Ja, da können wir das... Eigentlich... ...gegen das hier austauschen. Oh, nee, ich hab die falsche. Oh, ich bin so dumm. Die wär besser gewesen. Okay, dann gehen wir mal... ...weg hier. Das ist mir alles so unheimlich. Einen Gegner schaffen wir noch aber einen schwächeren. Aber es sind keine da. Also, nicht wundern, wenn jetzt dann wieder eine Woche lang keine Videos kommen. Ich werde übrigens auch noch nach... ...in einem Ort von der Rietheist. Da werde ich aber versuchen... ...vorzuproduzieren. Okay, dann machen wir uns einfach schnell down. Leichter gesagt, was getan. Das hat ich gelernt habe, dass es sowas wie Taktik gibt, brauche ich immer so lang für alles. Oh, nee. An allem ist die Taktik schuld, wie ihr gerade merkt. Ach, komm schon. Wir sind schon bei 9 Minuten. Ja, ich weiß das. Ich hab so einen komischen Timer. Ähm. So scheiße. Mein Bildschirm ist ausgegangen. Ich weiß nicht, ob ihr das erzählt, aber ich sehe es gar nicht. Bildschirm? 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 Ist ja auch egal. Wir unterbrechen die Öffnungen einfach, weil ich nichts mehr sehe. Und vielleicht geht die Schlacht ja beim nächsten Spiel weiter. Vielleicht auch nicht. Mal schauen. Und es ist eh schon länger, das Video. Also, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es tut jetzt überhaupt stoppen.